Hi Leute und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal und yo, Breaking News, Leute. Na okay, so Breaking sind sie jetzt nun auch nicht mehr. Ich wollte euch das Ganze nochmal mitteilen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Denn wie die gute Seite Playfront herausgefunden hat, okay, herausgefunden haben sie es nicht, sie haben es halt nur detailliert hier nochmal aufgeschrieben und mir ist es vorhin auch in meinem Google Newsfeed angezeigt worden, kann die Gamescom 2020 stattfinden. Jedenfalls in der Theorie. So, wir gehen diesen Artikel mal kurz durch, der geht auch nicht lange. Offiziell geht die Gamescom in diesem Jahr als abgesagt, zumindest was die Live-Veranstaltung vor Ort betrifft. Eine neue Regelung in Bezug auf Großveranstaltungen könnte hier allerdings noch einmal etwas Bewegung hineinbringen. Wie jetzt bekannt wurde, ist es ab sofort Ländersache, inwieweit Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie verhängt oder aufgehoben werden können. Für Messen gilt zukünftig, dass diese nicht mehr als Großveranstaltungen gelten und somit von generellem Verbot bis Ende August ausgenommen sind. Ah, und das ist dann natürlich schon mal ordentlich, was die da bringen wollten. Ich nehme das Ganze hier im One-Take auf, also vier schneiden tue ich nicht. Und das ist dann natürlich, also wenn Messen nicht mehr als Großveranstaltungen gelten, naja, also bei der Gamescom. Aber okay. Jörn Holtmeier, Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Messewirtschaft, kommentiert dazu. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Neustadt der Messewirtschaft, denn Messen werden als Innovations- und Kooperationsplattformen für die Erholung der deutschen Wirtschaft kurz- und mittelfristig wichtige Impulse geben. Und da hat der gute Mann durchaus recht. Allein wenn wir mal an die Hotellerie und an die Gastronomie denken, wird das ordentlich pushen. Vor allem die Gamescom. Das Ding ist halt, wie es mit den Hygiene- und mit den Abstandsregeln laufen soll. Aber dazu kommen wir bei dem Artikel gleich nochmal. Da wird dann Köln dann auch noch voller werden, sollte das tatsächlich irgendwie so hinkommen, weil man kann weniger Platz nur anbieten. Durch eben die Abstandsfrist von 1,5 bis 2 Metern. Also das könnte dann nochmal eine ganz spannende Geschichte werden. Hier rechnet man, dass Messen ab dem zweiten Halbjahr 2020 wieder stattfinden können. Natürlich mit entsprechenden Konzepten, was Hygiene- und Abstandsregelungen betrifft. Denkbar wäre in diesem Fall, dass die Gamescom in diesem Jahr eine reine Fachmesse ohne den regulären Besucher wird. Und das kann durchaus passieren, aber ich glaube nicht dran. Also ich kann es mir partout nicht vorstellen. Denn wenn die Gamescom sagt, wir können ganz normal, okay ganz normal wird das ganze Jahr, das wird nicht mehr normal. Also das ist eh durch. Der Zug ist eh abgefahren. Aber wir können in Köln, auf der Kölner Messe unsere Stände machen und dann gucken. Die normalen Besucher, die sind halt dann auch ordentlich. Aber da stelle ich mir jetzt auch gerade die Frage, werden die Hersteller mitmachen? Wird Sony, wird Microsoft, wird Nintendo, wird EA? Werden die dann überhaupt vor Ort sein? Weil die müssten dann ja mit der Kölner Messe zusammen ein Hygienekonzept ausarbeiten, dass man sich auf der Messe sicher fühlt. Ich habe keine Angst vor Corona und dem ganzen Zeug, aber es sind halt Regelungen. Und je nachdem, wie weit die Lockerungen bis dahin sind, könnte man dann durchaus gucken, was man da machen kann. Die Gamescom hat ja noch Zeit. Oh, Entschuldigung. Die Gamescom hat ja noch Zeit. Die ist ja eh erst Ende August. Also sollte Ende August stattfinden. Und die Gamescom an und für sich wollte sich auch erst Mitte Mai dazu äußern, ob die stattfinden wird oder nicht. Sie wurde abgesagt, weil es dann vom Gesetzgeber dann veranlasst wurde, dass bis Ende August 2020 keine Großveranstaltung stattfinden. Wie wir allerdings hier lesen, Messen gelten nicht mehr als Großveranstaltungen und sind damit aus dem Verbot des Ende August ausgenommen. Also das wird dann nochmal eine ordentlich interessante Geschichte. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Kölner Messe da auf jeden Fall ein Konzept ausarbeiten wird, weil die Gamescom, die, sie kostet, sie bringt so viel Geld ein. Und den Veranstaltern und auch der Kölner Messe. Also ich kann es mir partout nicht vorstellen, dass die sagen, ne, wir lassen sie trotzdem nicht stattfinden. Also das kann ich mir partout nicht vorstellen. Ob die Gamescom ihre Entscheidung zur Absage des Events durch die neuen Umstände noch einmal revidiert, bleibt natürlich abzuwarten. Ursprünglich wollte man sich damit ohnehin bis Mitte Mai Zeit lassen. Diejenigen, die bereits Tickets erworben haben, ich, warten zudem nach wie vor auf ihre Erstattung und können theoretisch weiterhin daran teilnehmen. Und das Ding ist auch mit der Erstattung immer sowas. Wir warten, wie gesagt, noch immer auf Rückerstattung. Also ich und andere, die schon Tickets haben. Allerdings könnte man dort auch zweigleisig verfahren. Und zwar, dass man einerseits sagt, hier, ihr könnt eure Tickets zurückgeben, wir erstatten die euch. Oder ihr könnt die Tickets behalten. Ist halt doof, dass dieses Jahr nicht stattfindet, aber ihr könnt sie behalten und kommt dafür nächstes Jahr auf die Gamescom mit dem Ticket. Heißt also, mit einem Gamescom 2020-Ticket kommt man dann auf die Gamescom 2021. Das könnte ich mir auch noch durchaus vorstellen. Das wären auch nicht die Ersten, die sowas machen. Wenn ich mir dort, ähm, äh, verschiedene Künstler anguckt. Contra Carver, das glaube ich einer der Ersten, die gesagt haben, ey, wir können sie zurückgeben, aber ihr kommt damit auf jeden Fall, äh, nächstes Jahr auf die Tour mit den Tickets rein. Von die, die halt abgesagt wurden jetzt. Deswegen, das wäre ganz cool und da wäre ich auch, denke ich mal, voll mit einem verstanden. Und ich glaube auch andere auch. In den kommenden Tagen dürfte dazu ein Statement des Gamescom-Fanstalts zu erwarten sein. Das ist zwar nur ein kleiner Funkenhoffnung, aber besser als nichts. Das stimmt allerdings. Für die Branche und mit der nahenden Einführung der Next-Gen-Konsolen wäre die Gamescom jedenfalls ein äußerst wichtiges Event in diesem Jahr. Und ja, das ist nun mal so. Es ist nun mal so. Sie ist relevant. Sie ist so relevant dieses Jahr eigentlich, die Gamescom. Denn ein Live-Event ist ja schön und gut, wenn man es digital erwarten möchte. Aber ich kann keine PS5 und keine Xbox Series X großartig beurteilen, wenn ich sie nicht testen konnte. Und da habe ich auch das Gefühl, dass da auch die Vorbestellungen etwas rückläufig sein werden. Einfach nur, weil man dieses Jahr keinerlei Möglichkeit hatte, die Konsolen anzutesten. E3. Wenn dort Sony. Okay, die waren ja eh nicht da, aber egal. Also, bleiben wir bei Microsoft. E3, wohl abgesagt. So, heißt also, dort konnte man die Series X nicht testen, wenn man sie denn dort hätte testen können. Spielt es in Software Gamescom, wird es gehen oder wäre es gegangen? So. Das wäre nämlich dann das nächste Ding. Die Gamescom. Dort hätte man dann wahrscheinlich oder kann man dann wahrscheinlich antesten, weil dann geht es ja eh schon so langsam in die Richtung des Weihnachtsgeschäftes. Und dort wäre das natürlich auch werberelevant gewesen für alle Hersteller. Sei es Microsoft, sei es Nintendo, sei es Sony. Es ist einfach werberelevant. Das ist die E3 nicht mehr. Die Gamescom kommen dafür aber umso mehr, weil es halt eine Konsumermesse ist. Also, da können wir auf jeden Fall nochmal gespannt sein. Wie gesagt, Digital Event schön und gut, aber anhand eines Livestreams kann man nicht beurteilen, ob die Konsole jetzt was für mich ist oder nicht. Das ist halt das Ding, wo man sich noch so ein bisschen Gedanken über machen kann. Außerdem geht es auch noch um das Thema Hygiene und das Abstandskonzept von 1,5 bis 2 Metern. Das könnte auch noch sehr interessant werden. Aber ja, wir können auf jeden Fall gespannt sein. Ich halte euch da auf dem Laufenden, weil ich finde das jetzt auch sehr interessant. Ich habe gedacht so, wow, was ist das denn bitte für ein Artikel, der bei mir im Google Newsfeed angezeigt wird. Ja, also ich halte euch da auf dem Laufenden, wenn es dort was Neues gibt. Und dann würde ich einmal sagen, Leute, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Viel habe ich nicht angeschnitten. Dann sehen wir uns am Dienstag. Da stream ich wieder auf Twitch, 15 Uhr. Twitch.tv slash Twitch.tv erzählen. Mal gucken, was wir dann dort machen werden. Und ja, ansonsten würde ich sagen, liebe Freunde, macht euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Und restlich ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Und tschüss.